Eyo Leute, was geht? Willkommen zurück und wir machen direkt weiter. Und ich musste mein Xenon-Gewebe-Probe zugut bringen. Und ja, wollen wir doch mal direkt weitermachen. Ah, Schmerz. Oh, was war das? So, jetzt erstmal gehen. Oh, 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 oh. Erb ihm. Okay, erb ihm, erb ihm. Jetzt passiert was. Alle sind Schott und Asche. Oh mein Gott. Tektonische Verschiebung. Nanovision aktiviert. Hier ist Braun 2. Er geht den eingestürzten Freeway runter. Verstanden? Profit ist immer noch in Richtung Norden auf dem FDR unterwegs. Okay. Uah. Verdammt. Ich werde mir hier hoch. Hallo. Verkackt schon wieder. Ach kacke. Das war so gut. Vor ihnen befindet sich ein Zellkontrollpunkt. Da müssen sie irgendwie durch. Sollte Hilfe von Fortrund ein und beschaffe dir ein Fahrzeug. Nanovision aktiviert. Okay. Ist erstmal keiner mehr. Und da war es wohl noch einer. Niedergerungen habe ich ihn. Aber irgendwas ist hier noch. Irgendjemand sieht mich noch. làm es nun. Wo ist er? Wo ist er? Hier ist es! Ok. Wo ist der Nächste? Einer fehlt noch. Einer fehlt noch. So, lass mich hier wieder aufladen. Ha, episch, episch, episch. Boah, die Kacke. Okay, der will Stress, er kriegt Stress. Haha, kleiner, mieser Spasti. Kann man einfach von hinten. Nun gut. Wir gehen jetzt einfach weiter. Ja. Warte, erstmal gucke ich. Ah, Atmosition. Was ist das? Ah, Atmosition. Benutzen nach eigener Gefahr. Hey, cool. Dosen. Ah, Munitionsnachschub. So, dann kümmern wir uns doch mal um den Rest. Ne, ich nehme die Pistole. Ne, die Pistole. Schalldämpfer drauf. Und bei der Gate. Haben wir hier Kollegen am Start. Schalldämpfer drauf. Ne, ich nehme die Pistole. Schleichen. So. Mal gucken. Mal gucken. Cool. Dass sich keiner mit mir anlegen möchte. Oh, episch. Episch. Würde ich dazu mal sagen. Was seid ihr denn alle? Soll ich jetzt kommen, oder? Aber wenn ich jetzt komme, geht doch wieder der Frühsturm los. Da ist das... Ja! Siehste? Wo ist das? Wo ist dieser Typ? Ah! Sein Kack-MG. Gut, der wäre weg. Dann kommen wir... Noch einen, glaube ich. Das war Munitionsnachschlag. Mal nachschlag holen. Die Infinitivität. Kein Kontakt. Alles sicher. Hier ist alles sicher. Alles sicher. Zurück in Stellung. Verstanden. Melden Sie Kontakt. Durchbruch. Profit ist durchgebrochen. Von Vollpunkt Eco-Live. Wer ist in der Kanalisation? Kanalisation, Alter. Kanalisation. Da wo der Kack mitschwimmt. Ich werde das hier jetzt rocken. Von unten. Kannst aber einen drauf lassen, du. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier überhaupt hinschwemme. Und ich habe so das Gefühl, es ist irgendwie falsch. Falsch. Wah. Profit, wo sind Sie? Schnappen Sie sich ein Fahrzeug und kommen Sie her. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Das darf doch nicht so falsch sein. Wo bin ich? Alter, wo bin ich denn? Ich mache hier eine Pause und wir sehen uns im nächsten Video. Klickt oben rechts und ihr kommt zum nächsten Video. Bis dann. Ich hoffe, ihr seid dann dabei. Bis dann.